Ich geh jetzt mal in die Welt. Der Bäcker, irisch Bäcker, der ist ziemlich verklemmt. Beim ehelichen Sex, da hat er meist gepennt. Doch jedes Jahr an Fastnacht, da wird er ganz enthemd. Und seine Frau, die Hilde, die geht dann fröhlich fremd. Katholiken, ernst und leicht, die gehen einfach zu bächt. Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? In der Fassernacht. Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? Und zum Schluss waren wir halt fast nackt, fast nackt. Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? In der Fassernacht. Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? Als der ganze Elberrat mit der Bühne eingeklacht. Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? In der Fassernacht. Was haben wir gelacht? Was haben wir gelacht? Als der Bruno im Bett beim Schor aufgemacht. Was haben wir gelacht? Untertitelung des ZDF, 2020